Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, liebe Gäste, lieber Livestream, ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ein Glaubensbruder war gerade unterwegs auf dem Weg nach Hause und dachte sich noch, ich kann noch ein paar Sachen beim Geschäft einkaufen. Das Wochenende steht bevor, es ist Sommer, es ist heiß. Als er wieder zum Auto zurückkommt, denkt er sich, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Papierkram erledigen, den er noch auf seinem Beifahrersitz hat, fängt an, das noch fertig auszufühlen und weil es Sonne ist, weil es heiß ist, die Sonne scheint, es wird warm im Auto. Er lässt das Fenster herunter, damit die warme Luft rausgeht, dass der frische Wind durch das Auto bläst und dann fuhr ein anderes Auto auf den Parkplatz und parkte gleich neben ihnen. Es war ein Ehepaar mittleren Alters und die Frau war am Steuer, sie stellte den Motor ab und dann hörte er ihren Mann reden, kannst du noch mal die Zündung einschalten, ich habe das Fenster noch nicht oben. Und die Frau antwortete, Jim, du bist so dumm, ich habe dir das schon hundertmal gesagt, dass du das Fenster raufmachen sollst, bevor ich den Motor abstelle. Und der Mann antwortete und es kam eine Flut von Schimpfwörtern und Beleidigungen heraus. Der Bruder, der im Wagen daneben gesessen ist, bekam das unweigerlich mit. Er hört das, wie es direkt daneben abgeht und denkt sich, boah, was ist das für ein böser Mann. Und er ging ins Gebet, schickte ein Stoßgebet zu Himmel und betete, dass Gott durch ihnen ihr Geist gibt, seinen Geist, dass er ihre Herzen erweicht, dass sie zur Ruhe kommen und dass der Einfluss Satan zurückgeschlagen wird. Und auf einmal, aus dem Nichts, wo es noch so gelernt hat, im Auton nebenbei wurde es still. Für 20 Sekunden hat keine der beiden geredet. Und dann fing der Mann, sich ausführlich zu entschuldigen. Wie leid es ihm tut, was gerade passiert ist. Und dann fing auch die Frau, sich zu entschuldigen. Die Situation hat sich abgrad, um 180 Grad gewendet. Der Bruder hat das mitbekommen. Die Stimmung ist völlig anders. Plötzlich war Harmonie da. Reden macht den Unterschied. Reden mit Gott. In dem Buch Schatzkammer, Band 3, Seite 164 heißt es, Das große Ringen, das zwischen den unsichtbaren Mächten stattfindet, den Kampf zwischen den Treuen und den abgefallenen Engeln, erkennen wir nicht so, wie wir ihn erkennen sollten. Um jeden Menschen kämpfen gute und böse Engel. Das ist kein eingebildeter Kampf. Es sind keine Scheingefächte, in die wir verwickelt sind. Wir müssen stärksten Gegnern widerstehen. Und es liegt an unserer Entscheidung, wer gewinnen wird. Wir sollten unsere Kraft dort holen, wo die Jünger sie einst fanden. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet und flehen. Im großen Kampf zwischen Gut und Böse gibt es Grundregeln. Es gibt Regeln für den Krieg. Und eines der Regeln ist, dass Gott unsere Entscheidungsfreiheit aufs Genaueste respektiert. Er tut alles, um uns zu retten. Er tut alles, um an uns zu wirken. Doch wird er nicht unsere Entscheidungsfreiheit verletzen. Gott begrenzt sich selbst, indem er uns die Freiheit gibt, zu entscheiden, wie wir wollen. Und dann, wenn wir beten und Gott die Erlaubnis geben, Gott darum bitten, etwas zu tun, so kann dann Gott zu Satan sagen, ich respektiere die Entscheidungsfreiheit diesen Menschen. Ich werde Engel schicken, ich werde beantworten. Dieses Gebet. Manchmal in einer Weise, wie es wir nicht erwarten würden, aber er wird immer antworten auf seine Weise. Und Gott wirkt an Sachen, die so nicht passieren würden. Würden wir nicht dafür beten? Es passieren erst außergewöhnliche Sachen, wenn jemand am Beten ist. Selbst wenn wir nicht mal einmal wüssten, okay, wie dieses Problem zu schaffen wäre, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir nicht mal die Situation durchblickt haben, wir brauchen nur auf Gott zu vertrauen, zu vertrauen, dass er uns hört im Gebet. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel gibt es keine Erweckung, wo Gebet nicht zentral war. Jede Erweckung war im Gebet getränkt. Wo es eine Erweckung gibt, wo es eine geistliche Erneuerung stattfindet, ist jemand am Beten. Reden macht den Unterschied. Reden mit Gott. Ich möchte euch fünf Prinzipien über das Glaubens- oder das Gebetsleben Jesu betrachten. Fünf Prinzipien, die er auf die Mark Findley hinweist, von denen ich diese fünf Prinzipien dann praktisch studiert habe und übernommen habe. Fünf Prinzipien, die unser Gebetsleben beleben können, unsere Beziehung zu Christus. Das erste Prinzip. Jesus hatte Zeit zum Gebet. Schlagt mit mir Markus Kapitel 1 auf. Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1 und dort der Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Jesus sonderte eine Zeit für die Gemeinschaft mit Gott ab. Nichts konnte ihn von der Verbindung zum Vater trennen. Und obwohl Jesus die größten Aufgaben zu bewältigen hatte, die er dem Mensch anvertraut wurde und immer Leute um sich hatte, immer Erwartungen hatte, immer jeder, was von ihm wollte, hatte er immer Zeit fürs Gebet. Er war nie zu beschäftigt für das Reden mit Gott. Schlagen wir Lukas Kapitel 5 auf. Lukas Kapitel 5 und dort der Vers 15. Lukas 5, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm bereitete sich desto mehr aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihm zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Es gibt Zeiten, wo das, was richtig und gut ist, auch Pausen brachte, um persönlich mit Gott Zeit zu verbringen. Jesus hatte Zeit zum Beten. Sein Gebetsleben war nicht sporadisch. Er hat nicht nur am Montag, am Dienstag gebetet, aber Mittwoch und Donnerstag hat er ausgelassen. Jesus setzte bewusst eine Zeit am Morgen fest, wo er sich zurückzog, um mit seinem Vater zu reden. Bevor er zu der Menge ging, ging er auf den Berg zu beten. Bevor er sein Tagwerk begann, ging er zum Vater. Jesus konnte vor Königen und Richtern stehen, weil er vor dem König des Universums stand. Jesus gewann seine Kraft aus dem Gebet und wenn Christus, der Sohn Gottes, Zeit abgesondert hat zum Gebet, können wir dann mit weniger auskommen? Jesus sonderte eine Zeit ab in der Stille, wo er ungestört Gemeinschaft haben konnte. Und gerade wir heute leben in einem buchstäblichen Zeitalter des Lärms. Manchmal sind wir an den Lärm so gewöhnt, dass die Stille sogar schon Nervosität auslösen kann. Ich kenne das manchmal, wo die Stille ungut ist, weil man sich nicht mehr gewöhnt ist, weil so viel Lärm um einen passiert. Es ist schwer, von diesem Lärm wegzukommen, um Stille zu finden. Es ist nicht leicht, einen Platz zu finden, wo man alleine ist. Wer von euch hat ein Smartphone? Fast alle, da wird die Hände sehen. Ich habe selber eins, ich habe ein Smartphone. Praktisch so ein Smartphone. Früher konnte man nur telefonieren und Nachrichten verschicken. Jetzt kann man Nachrichten lesen, man kann auf WhatsApp reagieren, man kann E-Mails checken, PDFs anschauen, man kann, das Büro ist ja schon aufs Handy gekommen, man kann den Wetterbericht anschauen, man kann Videos anschauen, man kann sich die Zeit damit vertreiben, man kann alles Mögliche damit machen. Es ist ja wie ein kleiner Computer, deren Handfläche groß ist. Und wenn man dann stille Zeit braucht, dann klingelt das Smartphone. Und es vibriert, es klingelt. Und wenn man dann drauf schaut, wenn man mal Zeit hat und man schaut dann kurz drauf, ah, 70 Nachrichten sind zu lesen, Anrufe verpasst, man muss dort antworten, da sind noch E-Mails reingekommen. Mit dem Smartphone ist es schon schwer, die stille Zeit zu finden. Fühlen wir uns nicht manchmal von der Hektik in der Gesellschaft getrieben? Fühlen wir uns von den Aufgaben überlastet? Fühlen wir uns gehetzt von den Nachrichten? Jesus ruft auf, stille zu sein. Haben wir Zeit zum Beten? Haben wir eine Zeit für das Gebet abgesondert? Jesus hatte eine Zeit für Gott abgesondert. Eine Zeit, um in der Stille die Stimme Gottes im Herzen zu hören. Eine Zeit, die durch nichts gestört werden kann. Eine Zeit mit Gott allein. Denn Reden macht den Unterschied. Reden mit Gott. Zweites Prinzip finden wir in unserem vorherigen Text. Gehen wir wieder zurück zu Markus 1. Markus 1 und dort der Vers 35. Und am Morgen, als er noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Jesus hatte nicht nur Zeit zum Beten, sondern er hat sich bewusst Orte ausgesucht, wo er alleine sein kann. Ein Ort zum Beten. Jesus, als er in Jerusalem war, ging er gern in den Garten Gethsemane, um zu beten und um dort Kraft zu gewinnen. Sein Gebetsort war bei den Olivenbäumen. Er war gern in der Natur. Wenn er nicht in Jerusalem war, ging er oft auf die Felder in Galiläa, um dort zu beten. Haben wir einen Ort zum Beten? Einen Ort, den wir für das Gebet abgesondert haben. Zu Hause habe ich meinen Gebetshocker. Ein Hocker, wo ich gerne hinkomme zum Gebet. Das ist mein spezieller Ort, wo ich hinknie, alles vor Gott ausschütte, Kraft für den Dienst gewinne. Wo ich mein Tagwerk ihm hinlege und um seinen Segen bitte. Wo ich Fürbitte leiste und Gott meinen Dank bringe. Wo ich meine Anliegen, Anfechtungen und Belastungen vor ihm bringe. Wo ich um Gottes Führung bitte, für Entscheidungen. Ein Ort, wo ich mit Gott lachen und weinen kann. Haben wir einen abgesonderten Ort? Ein Ort, auf den wir dann zurückschauen können und sagen können, da hat mir der Herr geholfen. Da schenkte mir Gott Kraft. Da gab mir Gott Weisheit. Da habe ich Gott erlebt. Ich spreche nicht von einem religiösen Zuckerl, das nur süß im Mund ist, aber keine geistlichen Nährwert hat, sondern wirklich in der Tiefe des Herzens Gott zu erleben. Jesus hatte eine Zeit zum Beten. Jesus hatte einen Ort zum Beten. Denn Reden macht den Unterschied. Reden mit Gott. Drittes Prinzip. Und wir vielleicht einigen überraschen, doch das stille Gebet hat nichts mit stillem Beten zu tun. Jesus betete frei und offen mit seiner Stimme. Bitte versteht mich nicht falsch, es gibt Situationen, wo es angebracht ist, Stille zu beten, Stoßgebete, wo es komisch aussehen würde oder vielleicht störend wäre, jetzt offen zu beten. Beispiel, wenn ich noch Elektriker war und es gab einen Kurzschluss beim Kunden, von dem Kunden sozusagen dort auf die Knie zu gehen und Gott anzurufen, würde der Kunde sich beschweren, dass es dann einen religiösen Fanatiker hat und kein Elektriker. An manchen Stellen ist es angebracht, Stoßgebete in den Himmel zu senden, die still sind. Doch, wenn wir mit Gott reden, wir können offen reden. Einen einsamen Ort, wo wir es direkt verbal sagen können, wie mit einer Person. Wenn wir lebhafte Erfahrungen mit Gott machen möchten, brauchen wir eine Zeit zum Beten, einen Ort zum Beten, ein offen gesprochenes Gebet. Jesus selbst pflegte es laut zu beten. Schlagen wir Matthäus Kapitel 26 auf. Jesus selbst praktizierte es. Matthäus Kapitel 26 und dort der Vers 39 Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und dachte. Betete und sprach. Im Vers 42 betete und sprach. Vers 44 betete und sprach. Jesus schüttete sein Herz vor dem Vater aus. Auch wir dürfen dem Beispiel nachkommen und verbal unser Herz vor Gott ausschütten. Schlagt mit mir Lukas Kapitel 11 auf. Lukas Kapitel 11 und dort der Vers 1 Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger lehrte. Wie kommt es dazu, dass die Jünger überhaupt fragen, Herr, lehre uns zu beten? Gerade an diesem Punkt. Die Jünger haben gehört, wie Jesus gebetet hat. In der persönlichen Zwiesprache mit seinem Vater. Die haben das beobachtet, die haben das gehört und haben ein Beten hören wie noch nie einer zuvor. Nicht ein starres Gebet, wo ständig dieselben Sätze wiederholt werden. Nicht ein rituelles Gebet, so wie sie es von den Pharisäern kennen. Heute könnte man es vergleichen, es ist kein Rosenkranzgebet, wo sich immer dasselbe wiederholt. Es ist ein Gebet, wie mit, wo man zu einer Person redet. Reden mit Gott macht den Unterschied. Nicht rituelles wiederholen von x-mal denselben Satz. Man kann mit Gott so reden wie mit einer Person. Gott versteht das. Man muss es ihm nicht zehnmal hintereinander sagen. Aus Lukas 11, Vers 1 können wir entnehmen, dass Jesus einen Ort hatte zum Beten. Dass er Zeit hatte zum Beten und dass er laut betete. Paulus sagt in Hebräer 5, Vers 7, dass Jesus mit lauten Rufen und Tränen sein Herz von dem Vater ausgeschüttet hat. Warum ist es eigentlich überhaupt wichtig oder gut laut zu beten? Sind euch schon mal beim Beten im stillen Beten im Gedanken euch die Gedanken abgeschweift? Kennt ihr das? Man ist auf den Knien, betet mental und auf einmal fällt einer das habe ich vergessen das fällt mir ein der Müll muss noch raus gebracht werden das habe ich vergessen einzukaufen die E-Mail muss ich noch beantworten das habe ich vorher vergessen jetzt fällt es mir wieder ein und und dann kommt drauf man ist eigentlich im Gebet aber wo ist das Gehirn? Überall nur nicht beim Gebet das laute Aussprechen hilft uns wieder auf das Gebet zu kommen warum wenn wir im stillen beten nach drei vier Minuten wie unterschiedlich wie das immer schwierig kann es leicht sein dass die Gedanken anfangen zu wandern das Gehirn ist unbeschäftigt es macht fast nichts aber wenn wir dann laut sprechen muss das Gehirn die Worte formulieren die wir sagen wollen das Gehirn ist viel mehr beschäftigt es hilft uns viel besser am Gebet dran zu bleiben jetzt kann man den Einspruch einlegen wenn ich laut bete dann hört doch Satan was ich bete dann weiß er wo ich mit etwas kämpfe er hört es dann direkt er kann dann ja besser gegen mich kämpfen ist ein gutes Argument Satan seine Engel die können nicht zuhören wenn wir im Gedanken beten die haben da keinen Zugriff dazu doch Satan ist nicht all gegenwärtig Satan ist nicht all wissen es ist nur Gott der allgegenwärtig ist und jedes unserer Gebete erhört und der letzte Ort wo Satan überhaupt sein möchte ist dort wo ein Gläubiger betet nicht ausgesprochen Gebet viertes Prinzip Jesus betete für seine Freunde mit Namen er betete Personen mit ihren Namen schlagt mit mir Lukas Kapitel 22 auf Jesu Gebete waren nicht so allgemein dass man in ein paar Sätzen die gesamte Welt hineinfasst Jesus war spezifisch in seinem Gebet man kann ja so allgemein beten man kann die Erfüllung nie sehen wenn man aber spezifisch betet sich darauf einlässt dann kann man auch wirklich sehen wo sich etwas tut Lukas Kapitel 22 und dort ab Vers 31 Er sprach aber der Herr Simon Simon siehe der Satan hat euch begehrt um euch zu sichten wie den Weizen ich aber habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst umgekehrt bist so stärke deine Brüder das Wort das hier für begehren steht ist das Wort für verlangen fordern es ersuchen sozusagen nicht nicht nur dieses begehren sondern ich verlange Petrus ich verlange etwas von ihm Jesus sagt zu Petrus der Satan fordert sich fordert dich er möchte dich aber ich habe für dich gebetet und Jesus steht auch heute für uns ein wenn der Satan uns fordert uns mögen Herausforderungen treffen uns mögen Schwierigkeiten treffen doch Jesus tritt im himmlischen Heiligtum für uns ein Bringt 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 diesen Mann zu Fall wir wollen was für Gott tun und Jesus steht ein im Gebet sollen wir nicht das gleiche tun untereinander für uns einstehen im Gebet mit Namen Satan weiß genau wo unsere Schwächen sind von jedem Einzelnen von uns er hat über die Jahrtausende unserer genetischen Schwächen studiert er kennt unsere sündige Natur aufs Genaueste er weiß über unsere Tendenz zum Bösen Bescheid ist es kritisieren hilft er immer einen Punkt zu finden wo man es kritisieren kann ist es Essen fliegt immer ein Leckerbissen irgendwo rum ist es Lust weiß genau wie man entsprechende Bilder vor den Augen und ins Herzen bekommt Satan fordert seine Engel auf uns zu schnappen damit wir damit andere fallen alle die sich Gott anvertrauen möchten doch Jesus sagt zu uns wenn wir zu unserer Zeit beten wenn wir an unserem Ort des Gebets sind wenn wir das Gebet aussprechen und Personen mit Namen nennen dann wird er zu ihnen und zu uns mächtige Engel schicken Petrus gestärkt durch Gebet ein Werkzeug Gottes Gebet entfesselt eine ungeheure Kraft eine Kraft die nicht in dieser Weise wirken würde würden wir nicht dafür beten hat 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 Ort zum beten Jesus hat laut gebetet Jesus hat spezifisch gebetet er hat Menschen beim Namen genannt fünftes Prinzip Jesus betete in Gemeinschaft lasst uns Lukas Kapitel 9 aufschlagen Lukas Kapitel 9 und dort der Vers 28 Lukas Kapitel 9 Vers 28 es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf dem Berg stieg um zu beten Jesus hatte drei Freunde mitgenommen zum Beten etwas passiert wenn man betet etwas passiert wenn man sich zu Gebet versammelt und das fängt schon in einer kleinen Gruppe an Jesus gibt ein Versprechen in Matthäus Kapitel 18 dass Dinge passieren werden die ihm gemeinsam Gebet geschehen werden Matthäus Kapitel 18 und dort Vers 19 und 20 weiter sage ich euch wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache für sie beten wollen so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind da bin ich in ihrer Mitte das ist ein Versprechen Gottes dass ein Reden mit Gott einen Unterschied macht und dazu kann ich euch eine Geschichte erzählen die der Mark Finley vor einiger Zeit geteilt hat Mark Finley wird einigen von euch bekannt sein ein sehr bekannte Evangelist in unseren Reihen und er wurde eingeladen vor ein paar Jahren in Papua Neuginea eine große Evangelisation zu halten in der Hauptstadt Port Moresbury doch kurz bevor er ankam in Papua Neuginea hat der Staat beschlossen Land an multinationale Konzerne zu verkaufen viel Land ressourcenreiches Land die Unistudenten haben das mitbekommen und geschlussfolgert dass wenn das passiert wird in den Jahren daraufhin der Staat und die Bevölkerung noch mehr verarmen weil es ihren natürlichen Ressourcen beraubt wird und so fingen sie an zu protestieren sie gingen auf die Straßen zu Hunderten in der Hauptstadt und die Polizei überreagierte sie schoss in die Menge der Studenten wir reden davon teilweise den Jugendlichen sieben Studenten sterben daraufhin eskalierte die Sache komplett der friedliche Protest schlug über in Vandalismus regierungskritische Kräfte Opposition alle die sozusagen ein Haar an der Regierung zu krümmen hatten schlossen sich den Protesten an Autos wurden angezündet Fensterscheiben eingeschlagen der Geschäften der Banken es randalierte die Stadt ging in einer Verwüstung unter eine Schneise der Zerstörung zog sich durch die Stadt und die Regierung versuchte die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen und erließ eine Ausgangssperre von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens und dann nach einiger Zeit kam Mark Finley kurz darauf am Montag an in Papua Neu in der Hauptstadt und Mossbury und die Ausgangssperre war noch in Kraft und das ist natürlich eine Herausforderung die Regierung hat zu Mark Finley und seinem Team gesagt sie können keine große Evangelisation halten solange die Ausgangssperre in Kraft ist vor allem dass auch die Evangelisation eher am Abend stattfinden soll aber solange diese Ausgangssperre ist gibt es keine Großversammlung und sie hatten geplant im Stadion die Evangelisation zu halten und so versammelten sie tausend Personen die sich erklärt haben dafür zu beten tausend Gebets Krieger organisierten sich morgens mittags und abends und beteten dafür und sie sagt nicht nur einfach so irgendwie die Gebete runter sondern sie beteten sie rangen mit Gott sie rangen auf den Knien vor Gott damit Gott Einfluss nimmt auf die Regierenden dass Gott im Parlament wirkt Montag Ausgangssperre Dienstag Ausgangssperre Mittwoch Ausgangssperre Donnerstag Ausgangssperre und Freitag soll es losgehen ein Ding der Möglichkeit keine Ausgangssperre in Sicht sie entschieden sich am Donnerstag am Morgen im Glauben voranzugehen und während des Tages das Stadion vorzubereiten auf Evangelisation ihnen es wurde nicht untersagt das Stadion vorzubereiten sie dürfen es halt nicht benutzen sie bauten über den ganzen Tag auf es ist Donnerstag Nacht die Ausgangssperre tritt wieder in Kraft nächsten Morgen sollten sie es anfangen war aber gesetzlich verboten war unmöglich freitagmorgen und das erste was Finley machte ist nach seiner Morgenandacht er ging zum Kiosk um sich eine Zeitung zu kaufen um die Nachrichten zu lesen und jetzt passt auf auf der Titelseite stand groß drauf das Parlament hatte eine Sitzung bis 2 Uhr morgens in der Früh die Ausgangssperre ist aufgehoben damit die sieben den Tagsadventisten ihre Veranstaltung durchführen können Untertitel die gesamte Nation ist heute Abend eingeladen zum Stadion zu kommen um die Ansprache des Premierministers zu hören über die Lage der Nation danach wird der Premierminister den amerikanischen Evangelisten Mark Finley vorstellen der eine Botschaft des Friedens für unsere Nation hat die ganze Nation wird kommen groß auf der Zeitung der Tageszeitung und an diesem Abend wurden 100.000 Menschen gezählt nicht geschätzt gezählt die ins Stadion kamen für uns das größte Stadion würde gut die Hälfte fassen 100.000 Menschen kamen zum Stadion der Premierminister stellte Mark Finley vor und seine Ansprache wurde live im dortigen Fernseher übertragen und dort schätzungsweise haben 2,5 Millionen Menschen die Botschaft des ewigen Evangeliums mitverfolgt und an jeden weiteren Abend kamen 100.000 Menschen zusammen und beim ersten Aufruf kamen 10.000 Menschen nach vor um sich taufen zu lassen mit dem Wunsch ihr Leben Gott zu übergeben wenn Gottes Volk auf die Knie geht und betet dann geschehen Dinge die sonst nicht geschehen würden wir brauchen uns nicht den Kopf zu zerbrechen wie Gott die Situation lösen mag wir brauchen nur daran zu glauben dass Gott hört und so kann ich uns nur dazu ermutigen und aufrufen die fünf Prinzipien aus dem Gebetsleben Jesu auszuprobieren eine ungeteilte Zeit für Gott zu haben einen Ort für Gott zu haben damit wir mit ihm richtig reden es verbal ausdrücken damit wir spezifisch beten und dass wir Freunde eine oder eine zweite Person finden mit der wir regelmäßig beten können über die gleichen Anliegen es kann unser Gebetsleben neu beleben lebendige machen das kann ich euch bezeugen Amen Hab Dank dass du uns durch Jesus Christus lehrst wie wir mit dir reden können wie mit einem Freund und Vater Herr ich möchte dich bitten dass du uns einen Hunger schenkst einen Hunger nach deinem Wort und dass du uns einen Durst schenkst einen Durst nach Gebet Herr so wie wir täglich Hunger und Durst mehrmals am Tag verspüren möchte ich dich bitten dass du uns dies in geistlicher Weise gibst zieh uns zu deinem Wort zieh uns in die Zwiesprache mit dir Herr reden macht einen Unterschied reden mit dir nicht nur um uns herum sondern auch in uns und Herr ich möchte dir danken dafür Amen zu tun die an to Untertitelung des ZDF, 2020